Oh, hier frisst das. Blutes Mist. Piss dich aus meiner Reichweite. So, ich heil mich jetzt mal. So, wo ist der Nächste? Da. Komm her. Frisst das. Und da kommt der Nächste. Frisst das. Nein. Nicht ich, sondern du. Ich darf keinen Schuss ver... Vergolden. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Jetzt haben wir uns drei. Nee. Wo ist ein Kraut? Halt, müh. Ich brauche Unterstützung. Wolfbeck braucht Unterstützung. Oder beziehungsweise ich. Hat er noch ein Kraut irgendwo? Nein. Irgendwas im Interagieren, aber... Oh, lauf. Ich will den Scheiß nicht nochmal machen. Ich hasse diese Szene hier. Die ganzen Hunters. Die sind so ultra stark. Ich soll den ganzen Scheiß nochmal machen. Das ist so blöd. Mein Gott. Wo bist du denn hier vorne? Wieso verschieße ich weiterhin? Und ich ihn gar nicht im Visier habe. Macht da auch keinen Sinn, oder? Ja, jetzt habe ich beide getroffen. Aber haben wir beide ermordet. Ja, guck mal dich an, O. Ich muss ein bisschen näher ran. Okay. Ich hab jetzt schon... ...eine Zombie-Massaker. Beschwört. Wie er sich anhört, ey. Das ist eine Pump-Gammer. Ja, eigentlich, warum nicht? Mein Gott, ey. Kann man sich nicht in Sicherheit begeben, ne? Ah, verdammt. Das ist so heftig hier. Ja, genau. Lass mich hier noch... Ich drücke Heilung. Aber ich kann mich hier nicht heilen. Ich komme hier nicht drauf. Das ist ein Drecksvieh. Und ihr auch. Soll ich nun scheiß doch auf? Das ist doch unfair. So viele Gegner. Und dann noch übermächtige Hunters. Lauf. Okay. Kamera zerstört. Durch die Granate, die gerade kam. Ich bin gerade im... ...stier. Nein. Ich habe es doch nie. Oh, danke. Walter. Ich bin wirklich in der Sanität da ran. Hey, der Witzger hier, ey. Stirb. Geht doch. Haben wir es bald? Ich glaube, weniger, ne? Ah. Alter. Verpiss dich. Mit dem Sprung abgewehrt. Okay. Hier. Frisst. Das. Granaten. Irgendwie was getroffen? Natürlich nicht. War ja klapp. Blödes Mistvieh. So, lauf. Lauf. Oh, das Krautier vorne. So. Interagieren. Da hängt uns noch ein Kraut. Ich muss nur kurz hier mich retten. Ich komme wieder. Keine Angst, Leute. Ich lasse euch nicht im Stich. Warte nach. Noch nicht. Boah. Oh, wir zwei sind noch da. Das ist zu wenig. Komm. Hol ihn wieder. Hol ihn wieder. Okay, Berta, du bist noch da. Spectral, was machst du da? Geh aus dem blöden... Feuer. Mach nach. Komm schon. Oh, du blödes Mistvieh. Verpiss dich. Lauf. Ich hasse diese Hunter's hier. Oh, es ist ja schon wieder... ...wieder umgekippt. Er wird lacht ja auch da am Feuer rum. Wird ihr bescheuert? Wie gesagt, doch so behindert. Macht ihr denn da? Ich soll's. Genau, Berta. Töte die... Oh, danke. Töte die erstmal kurz die Spichel einladen. Hier, und, Berta. Hier vorne. Genau, spring. Geil. Und was geschafft? Okay. Und das sind weg. Äh, die Kamera da oben. Eine fehlt noch. Eine Kamera fehlt noch. Okay, wir müssen bestimmt hier rein. Doch, yo. Sehr schön. Okay, ich bin jetzt gespannt. Blödes... ...Crimsonhead-Arsch. ...Gesicht. Immer... ...Was macht ihr? Laut... ...Ich warte jetzt. Hier. Blendgranate. Lasst mich mal... ...hier durch oder lasst... ...oder geht. Was auch immer. Entscheidet euch mal. So, darf ich hier? Danke. Meine Güte. Meine Güte. ... ... ... ... ... Und das war die letzte Kamera. Das kann wirklich sein. Naja, gut. Solange wir es überstanden haben, ist doch in Ordnung. Ah, er ist weg. Wieder? Das ist nicht sinnvoll. Lass uns nur ein Schwerhaus kommen. Spack-Ups kommen zu uns. Okay. Ich muss vielleicht hier mal in... Ja, schön. Lauf hier mal in Lautfeuer rein. Das ist sehr schön. Ich finde das sehr nett von euch. So, wo ist die letzte Kamera? Oh, danke, Wörter. Ich bin geheilt. Okay. Ach, die Szene hier. Das lustigste ist, wo ich privat gezockt habe, ist hier mein Controller kaputt gegangen. An dieser Stelle. Ich habe keine Ahnung, warum. Ist hier ein... Schmerz, Lippe. Hallo? Okay. Erstmal schauen... Wo ist denn die Kamera? Hier. Erstmal eine Granate rüberwerfen. Das hat nichts gebracht. Dann erschießen wir ihn. Ihn erschießen wir auch. Datensätze einsammeln. Winter. Und jetzt nach und nach... Alle töten. Leider ist es so hier, das Spiel. Oh, das war gut. Nein, Gott. Wo ist er? Bist du irgendwo? Bist du noch? Lauf. Ich lauf jetzt einfach mal. Äh, äh, da vorne ist ja noch einer. Habe ich gerade erst gesehen. Komm, oh. Ich weiß, dass du da bist. Dein Kollege da hinten. Okay, Kollegin. Könnte ich auch noch platt machen. Interessiert mich gar nicht. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Kriegen wir schon alles hin? Ah, den mache ich gleich auch. Oh. Was ist das denn hier? Komm, mach mal die auf hier. Mein Gott, mach da auf. Was ist das? Flammenwerfer. Nein, den kann ich jetzt nicht gebrauchen. Nur das Gewehr. Incoming! Incoming! Oh, sag mal. Ich treff den gar nicht. Oh, jetzt kommt auch noch mehr. Ich will den in die Sterne. Ich will den in die Sterne. Lass mich hier in Ruhe. Okay. Das muss es ein SF-Spray sein. Das ist das. Das ist das. Hier war doch noch was. Woher kommst du denn her? Oh, boh. Du darfst nicht sterben. So, du bist wieder da. Bist du immer noch derselbe? Hallo? Gut, Leute. Ihr schafft das. Ja, da ist noch einer. Ich schieße jetzt noch von meinem Bein. Ich seh nix. Hab ich das fast? Oh Gott. Wow. Nein. 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 Das darf nicht wahr sein. Ah, das ist doch ärgerlich. Wo fangen wir an? Hier. Okay. Nein. Wo sind die ganzen Waffen? Da. Die hätte ich gerne. Alles klar. Die Spectrums sind K.O. Und jetzt kommt der. Boah, zieht das viel ab. Alter, falsche. Ich hab keine Chance im Nahkampf. Lauf, lauf, lauf. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich hab keine Chance. Zwar, ich muss mir hier gerade voll. Das muss man richtig hinsetzen. Alter, überall. Das ist dong, kling, kling. Das geht mir schon auf die Nerven jetzt. Meine Güte.